hallo meine freunde hallo erstmal endlich gibts den energy drink in passenderen größen dass man nicht so oft zum kühlschrank rennen muss wieder verschließbar wer braucht den mist wurde eh ausgesoffen mann 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 den werde ich mir jetzt schön einverleiben und danach drehen wir vielleicht noch video tschüss freunde ach so hier gab es noch eine kleine spende die werde ich mir dann dazu auch noch rein drücken das ist ja mal ein lecker wurstchen vom echten fleischer na gut jetzt gibt es erstmal happy happy tschüss